Willkommen bei den Diesel Buddies. So Leute, heute wollen wir mal zwei Busse vergleichen. 30 Jahre liegen dazwischen. Und zwischen dem O307 aus Ende der 70er und einem Setra 415 NF aus Ende der 2000er, den seht ihr gleich. Okay, let's compare this. Mercedes 0307, von Ende der 70er, mit dem Setra von Ende der 2000er. Und ja, let's see how it drives. So, this is the Setra, from 2009 I think. And yeah, let's ride it. Ja Leute, das ist der Setra. Den kennt ihr ja schon von einem anderen Video. Und ja, trotzdem dachte ich mir, die Sequenz durch Frankfurt durch können wir mal direkt vergleichen mit dem alten Mercedes. Viel Spaß beim Schauen. Ja, aber dann in dercycle. Und ja, trotzdem. Und ja. Und ja. Ja, trotzdem. floppy later. Habt ihr weniger Erik Dolce? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020